Wow, ein Moment. So, ein Moment, da hat sich fast mein Spiel minimiert. Verblieben. Oh, beinahe, ich hab gedrückt. Nein. Oh, leg mir her. Mann. Okay. Folg dir einfach mal. Okay, nochmal die Tür öffnen, sagst du? Los, los, los! Los, los! Wow. Komm her. Man! Woh-woh-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo.. Ich bin auf dem Radius-Titel! Ich bin auf dem Radius-Titel! Ich bin auf dem Radius! Na bin ich auf dem Weg Das sind große Gebäude Woah woah woah, pass auf Ey, komm! Wir gehen unter den Schaden Von der Polizei holen dich nach unten Entschuldigung, das ist gut Entschuldigung, du verstehst du? Ja, wir werden schon anfangen Sie alle und wir müssen zuerstattet Verwinden! Ich bin auf dem Weg, Mann. Go, 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 go. Go, 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 go. Ganz schnell weg. blew! Oh, sorry. Warum geht er nicht da rein? Oh, Mann. Oh, Mann. Na ja... Ich glaube, wir starten jetzt mal von diesem... ...Mohin wir rauskommen aus. Ah, nee. Wir standen hier. Wunderbar. Schreie, schreie! Das war's für heute. Fuuuuck! Fuuuuck! Oh, scheiß Rohrpunkt, alter! What the hell? Fulimiot! Get off us! Get off us! Get off us! Get off us! So nothing gives me the money off. Where? Where? Where is it? Through the air! Noooin! Das. Gibt. Rache. Fuuuck! Stop! Stop me!! Don't hurt me!! Of who? You can't stop. Arrggggh! Noooin...! Do Mieser Motherfucker, jetzt bist du dran. Ich werd dich hier an unerf... ...beledigen. Vashiiiayyyy! Oh, fuck. Wir werden dich kriegen. Mann. Scheiße. Wie ist er gekommen? Soll ich weiterlaufen oder was? Mann, da müssen wir dem hinterher latschen, ey. So müssen wir den hinterher latschen, sagst du? Okay. Oh, fuck it. Fall um. Oh Bämf Komm, in den Zug Oh, schade Ja Und von Zug, komm Oh Kommst du her Was ist der Das ist ein Schreck Das ist eine Schreckung Es ist ein Schreckung Das ist ein Schreckung Das ist ein Schreckung Wo ist der Schreckung Wow Alter Yeah Nächste Mission Mission Donnerlauf Okay Ja, es war auf jeden Fall eine sehr coole Mission Also es war vielleicht mal anstrengend oder so aber Hätten sie es besser mal erklären sollen Naja, gucken was die nächste Mission bringt Donnerlauf Okay, dann mal ein bisschen schneller Sieht auf jeden Fall stark nach Panzerhaus und so Hoffen das Feld und alles Hoffentlich können wir eigentlich mal fahren oder irgendwas mal machen Okay, weiter geht's Wann war das? Vor 10 Stunden 80.000 Tote Explosionsort war die Euronext-Börse Wie fühlt sich das an? Glauben Sie etwa, ich wollte das? Ihr Regierungsspitze seid echt noch kranker, als euch nachgesagt wird Ich will verhindern, dass das gleiche in New York passiert Wer glauben Sie hat das getan, Sergeant? Die PLR und Solomon Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe Wir haben Dima zur gleichen Zeit im Land aufgegriffen Wissen Sie, wonach das aussieht? Dima wollte es verhindern Diese Bombe in Paris muss eine der fehlenden gewesen sein Schwachsinn Und dann? Hätten Sie es nicht trotzdem geschehen lassen? Sergeant Denken Sie doch mal zurück An die Bank Sie sagten Die Pariser Bombe hätte was mit der Bank zu tun Nicht Dima Unmöglich Ich warte Wir hatten einen Notruf abgesetzt Anvil 3 Teil der Charlie-Kompanie Erste Panzer Sie kamen, um uns zu holen Miller kam, um uns zu holen Okay Nur denn Mal gucken, was das hier bringen soll Ich nehme auf jeden Fall heute lange wieder auf Ich werde nicht die PLR-Kompanie durchkriegen Dino? Was ist ein Dino? Was ist der Dino? Na hoffentlich Wie gesagt Die Grafik High-End Richtig geil, Alter Und wie darf man Fetten Geschütze setzen Denn das ist Battlefield 3 Yeah Und Battlefield 4 Jetzt play ich natürlich auch Wer jetzt mal ein paar draußen ist Und natürlich mehrere Multiplayer-Games wiedergeben Mit ein paar Kollegen Mal gucken Was uns jetzt erwartet Auf jeden Fall sind wir mit Mal ein paar vielen Panzern da Diesmal sind wir denn in der Wüste Dummer Gas-Scheiß-Panzer Ja Milla, fühlst du mich? Auf Station Verstattet Milla, bin ich vollgas ausdrücken Ich kann losgehen Mein Ziel ist schon total unruhig Okay, wir haben Bereitschaftsgrad 1 Dino, 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 Dino Ja 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 Okay, alles zuhören Was ist das? Was ist das? Oh, er wird getroffen. Bahn dich! Und puff dich! Wir werden uns angreifen. Komm schon! Komm schon! Wir werden uns angreifen. Wir werden uns angreifen. Wir werden uns angreifen. Angreifen und angreifen. Wir werden uns angreifen. Wir werden uns angreifen. Table 31. Wir sehen über Turbo Bild feindliche E-Signatur. Die Hälfte! Keine Ahnung! Bitte! Da steht die Hälfte! Lass weg! Ne, zweit. Ich bin dabei. Einer. Zweiter. Dritter. Was? Anvil 660, Anvil 3-1. Alle feindlichen Panzer zerstört. Denkst du nicht. Aber verstanden, 3-1. Zweiter zum nächsten. Vollfunk, meldet euch dann auf. Auf den Karten, Anvil 3-3. Vormacht. Aufpassen. Okay. Komm, ich will fahren. Geh auf Schmerzübertragung. Schmerz ist mobil. Nice. Anvil 3-1. Nice. Super 1-1. Bulldog 3-3. Einsatz abgeschlossen. Minimale Schäden an feindlicher Position. Wir ziehen jetzt ab. Over. Auf jeden Fall ist das eine Übelstür, dass das abgeht. Werde Ultra 3-4 unterrichten und sofortigen Neuangriff vorschlagen. Führung Envil muss sich eventuell darum kümmern und die BDM-Stellung angreifen. Out. Macht Platz, ihr Pussis. Out. 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 Mach euch Platz! Bombs! Wie an die Oberhantie, oder? Du meinst. Okay, dann geht's weiter. Okay, dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Sekundärdraht. Oh, verdammte Scheiße! Wirst du feint? Roger. Brieh uns aus wieder. Offene Zelle voraus. Da hat niemand Treibschwiegel. Direkt vor uns ist eine Staubfunk. Verstanden. Ich sehe sie. Wechsel von rechts nach links.